Einen wunderschönen guten Tag. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Fell in Love. Die Show, wo sich die Hunde die Menschen aussuchen dürfen. Denn wir haben ein riesiges Problem. Die deutschen Tierheime, ja die... Platzen einfach aus allen Nähten. Genau. Und zusammen mit Fressnapf wollen wir helfen und ihr hoffentlich auch. Genau, deswegen bewerbt euch auf Fell in Love. Alle weiteren Informationen... Und alle Hunde. Natürlich alle Hunde findet ihr auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.